Und mit jeder Einatmung anzukommen, bei dir selbst, in dir selbst und mit jeder Ausatmung alles loszulassen, auszulassen, ziehen zu lassen. Vielleicht magst du dich bei der Atmung darauf konzentrieren, über die Nase einzuatmen, tief hinabzuatmen bis in deinen Becken, Boden in deinem Beckenbereich. Und über deine Nase wieder auszuatmen und beim Ausatmen den Atem strömen zu lassen, bis weit hinauf in die Mitte deines Kopfes, hinzu deiner Zirbeldrüse, um hier deine Kristalle anzuregen und dann auszuatmen über die Nase, alles loszulassen. Und wieder über die Nase einzuatmen. Und Atem fließen zu lassen bis hinauf in die Mitte deines Kopfes hin zu deiner Zirbeldrüse und auszuatmen. Vertraue und glaube, es increase börjar, sehr אותו. Vielen Dank. Vielleicht bemerkst du jetzt schon, dass du ruhiger wirst, gelassener, dass du ankommst in dir. Über die Atmung zu sein. Aktiviere deine kleine kristalline Kugel. Und lasse sie einfließen in deinen Körper. Über die linke Nasenöffnung bei Frauen. Lasse sie aufsteigen bis zur Mitte deines Stirn. Um dein Stirnchakra zu aktivieren. Deine Zirbeldrüse anzuregen. Und all deine Sinne zu öffnen. Weiter riechst du die kleine kristalline Kugel in die Mitte der Mitte deines Kopfes. Um auch hier all deine Zentren zu aktivieren. Weiter zu fließen. Hin zu deinem Gaumen. Um deinen Gaumen zu öffnen. ihn durchlässig zu gestalten. Und dann deine Kehle zu stimulieren. Fühle die Kraft der kleinen kristallinen Kugel. Fühle ihre Reinigung in deinen Zentren. Fühle ihr Fließen hinein in dein Herz. Um dein Herz zu reinigen, es zu öffnen. Und weiter zu fließen hinab bis zu deinem Wurzelschakra. Deine Wurzeln anzuregen. Dich zu verbinden, dich zu erden. Und dann wieder nach oben zu fließen bis zwei Finger breit oberhalb des Nabels in die Mitte der Mitte deines Körpers. Tritt ein hier in dein Zentrum, in deinem Punkt des Lichts. In deinem Ursprung, in dein Zuhause. Kehre ein in dein Dasein. Deine Wurzeln anzuregen. 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 Vielen Dank. Fühle deinen Kristallballast, der sich rund um dich aufbaut. All die kristallinen Strukturen, die sich in deinem Körper öffnen. Und du fühlen kannst, wie alles in dir in Schwingung gerät. Vielen Dank. Hier in deinem ureigenen Kristallballast, in deinem Zuhause, in deinem Zentrum, in deinem göttlichen Tempel. Bist du angekommen? Bist du in deiner Mitte? Und du kannst die starke Verbindung zu dir selbst fühlen. Und du kannst die starke Verbindung zu dir selbst fühlen. Kristallballast, eine kristalline Liege ausnehmen. Auf die du dich nun voller Vertrauen und in dem wissen, dass dir unendlich Gutes bevorsteht. In deinem Körper auf diese Liegebetten. und wahrnehmen, dass sie zwar kristallin ist, aber dennoch weich und warm und anschnicksam. Dass du dich ausstrecken kannst, dass du dich ausstrecken kannst, auf diese Liege. Und du kannst die starke Verbindung zu dir selbst fühlen. Und du fühlst, dass dich wie ein Scheinwerfer, ein Scheinwerfer liebt, über dir gestaltet, ein Scheinwerferlicht aus kristallinem Licht, das gebündeltes, regenbogenfarbenes Licht zu dir herabströmen lässt. Dass dein Körper damit bestrahlt wird, in diesem gebündelten Regenbogenlicht. Ein Körper wird bestrahlt. Und jeder Bereich deines Körpers wird von diesem besonderen Licht berührt. Durchdrungen. Und gerade die Stellen in deinem Körper, welche dich schmerzen oder drücken, unangenehm sind oder eine Veränderung brauchen, werden von diesem wundervollen Licht sanft berührt. Und jetzt wird das, was du in deinem Körper, welche dich schmerzen oder drücken, wenn du in deinem Körper bist, was du in deinem Körper bist. Vielen Dank. Vielen Dank. Und bringt jede Zelle in dir zum Schwingen. So als ob deine Wellen, deine Zellen sich schütteln würden, bewegen würden. Und alles Schwere, alles Belastende abschütteln, abstreifen würden. Als ob dein gesamter Körper einen himmlischen Tanz tanzen würde. Und durch diese Bewegung, durch dieses Schütteln, durch die Wellenbewegung, alles loszulassen, was deiner Gesundheit im Wege steht. Ein gesamter Körper rüttelt sich und schüttelt sich. Bewegt sich, gibt ab. Und kannst du dadurch noch mehr Licht aufnehmen. Noch mehr von dieser Leuchtfrequenz. Und diesen Regenbogenfarbenen Licht. Und die Leuchtfrequenz. Und das ist eine chemische Momente. Und das ist eine Kreditphase. Und das ist eine Kreditphase. Und das ist eine Kreditphase. Vielen Dank. Schüttle dich und rüttle dich und bring dich in Schwingung. Und wenn du möchtest, dann lade deine Familie, deine Freunde, lade die dir nahestehenden Menschen ein, sich mit dir in diesem regenbogenfarbenen Licht zu treffen, in diesem himmlischen Danze euch zu schütteln und zu rütteln, um die Lichtwellen aufzunehmen, sie wahrzunehmen, um miteinander in diesem himmlischen Tanz, in diesem himmlischen Heilungsdanz zu tanzen, das Licht zu zelebrieren, zu feiern, die Transformation anzunehmen und die Gesundheit hochleben zu lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Alle Zellen schwingen. Alle Zellen schwingen. Alle Körper bewegen sich. Alles schüttelt sich. Alles schüttelt sich. Befreit sich. Von all dem, was ich nun transformieren und loslösen möchte. Und wenn du jetzt deinen Körpers kennst, kannst du wahrnehmen, kannst du wahrnehmen, dass sich schon vieles gelöst hat von dem, was dir vielleicht Schmerzen bereitet hat oder Unwohlsein. ein bestimmtes Druckgefühl oder ein Gefühl von Unordnung sich gelöst hat oder ein Gefühl von Unordnung sich gelöst hat. Nimm wahr, wie das Licht immer stärker wird und sich ausbreitet, intensiver wird. Und du dadurch immer kräftiger und klarer. Und mit dir deine gesamte Umgebung. Und mit dir deine gesamte Umgebung. Und mit dir deine gesamte Umgebung. Nachsehen, Licht des Regenbogens. Nachsehen, Licht des Regenbogens. Sanze mit deinen Liebsten. Mit deinem dir Nächsten. Fühle deine Vitalität, deine Kraft, deine Lebensfreude. Verrückle dich und schüttle dich. Und kehre ein in die Lebendigkeit. Kehre ein in das Leben. Nimm noch einige tiefe Atemzüge in deinen Bauch hinein. Und kehre zurück ins Hier und Jetzt. In deinen Körper, in deine Zeit. In dein Dasein. Gehre ein. Vielen Dank.